Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist mal wieder Review-Zeit und ich stelle euch tatsächlich mal eine Neuheit von 2024 vor. Natürlich, die Minifiguren-Serie habt ihr auch schon gesehen. Aber das ist ja so ein richtiges Set in Anführungszeichen, wo man sagen kann, okay, ein City-Set ist für viele vielleicht nicht interessant. Ich fand es tatsächlich, als es angekündigt wurde und als ich die ersten Bilder gesehen habe. Aber sehr spannend, sah für mich irgendwie cool aus. Ich kann bis jetzt noch nicht genau sagen, woran es liegt, aber vielleicht ergründen wir das ja zusammen. Es ist, wie gesagt, ein City-Set. Es kostet 14,99 Euro UVP, gibt es aber im freien Handel. Auch bei irgendwelchen Online-Portalen kann man das auf jeden Fall auch schon mit Rabatt bekommen. Gut 150 Teile. Also ich finde generell bei Sets dieser Größe ist jetzt die Teilezahl nur zweitrangig, würde ich sagen. Also das ist jetzt nicht unbedingt das, worauf es ankommt bei solchen Sets. Sondern entweder, dass man vielleicht irgendwie ein cooles Modell hat, irgendwas für die Kinder zum Spielen oder sowas. Das ist für mich so der Hauptfaktor, der irgendwie in diese Bewertung dieser Sets reinlaufen sollte. Denn wie ich ja auch immer sage, diese kleineren Sets, die sind wirklich meistens komplett in Ordnung bei Lego. Das sind super Sets. Das sind Sets, die man sich auch vielleicht als Kind irgendwie vom Taschengeld oder so holen kann. Also das ist fein. Ich würde sagen, wir schauen uns die Box als erstes mal an, weil die ja schon so schön steht. Ist halt eine normale City-Box. Und Rückseite ist jetzt auch nicht so viel, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt das Highlight dieses, dass es hier irgendwie noch ein B-Modell oder sonst irgendwie sowas gibt. Gibt es tatsächlich nicht. Stadion ist auch nicht inkludiert. Aber es ist halt eine nette City-Box. Und dann haben wir natürlich das Set. Und da haben wir einmal den Monster Truck. Und einmal die nette Figur, die dabei ist. Nett auf jeden Fall. Viele sagen ja, nett ist der Bruder von mir. Wisst schon, aber ich finde es tatsächlich nett. Achso, wir haben noch ein paar kleine Einzelteile, sage ich mal. Die kann ich euch hier auch nochmal zeigen. Das ist jetzt aber nichts. Einmal hier so ein Visier für den Helm. Und ansonsten sind das halt sowas wie 1x1-Steine, irgendwie Technik-Pins oder sowas. Was man halt öfters mal so hat, wenn man ein Set hat. Wo diese ganzen Kleinteile drin sind. Ich würde sagen, wir schauen uns die Figur mal an. Das ist halt eine Standard-City-Figur, würde ich jetzt sagen. Natürlich mit einem coolen Print, der auch wirklich zu dem Monster Truck passt. Mit dieser kleinen Flamme drauf. Vorder- und Rückseite bedruckt. Finde ich eine coole Figur. Ist jetzt nichts Special-mäßiges. Also es gibt keinen Print hier auf den Armen, auf den Beinen. Oder sonst etwas. Auch kein zweites Gesicht. Aber wir können natürlich die Frisur abnehmen. und dem Kollegen einen netten Helm aufsetzen. Denn Monster Truck fahren ist ja gefährlich. Da komme ich zu einer Sache, wo ich mir jetzt nicht ganz sicher bin, ob das in Realität so ist. Ich habe jetzt, glaube ich, noch nie irgendwie echte Monster Trucks gesehen. Aber, wenn wir die Figur der Nebenstellen, dann können wir schon mal sehen, dass der Reifen halt irgendwie, ich will jetzt nicht sagen doppelt so groß, aber anderthalb mal so groß, wie die Figur ist. Ist das realistisch? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr euch irgendwie dafür interessiert, für Monster Trucks oder sowas. Würde mich persönlich auch interessieren. Ist es ein City-Set? Natürlich muss das jetzt hier nicht irgendwie generell komplett logisch und der realen Welt irgendwie entsprungen sein. Deswegen erwähne ich jetzt auch nicht irgendwie negativ, dass man hier keine Möglichkeit hat einzusteigen. Dass es hier keine Türen gibt. Dass man ja gar nicht da hoch in die Fahrerkabine kommt. Ich meine, das ist halt ein Spielzeug. Das ist ganz klar. Deswegen, da sollten wir jetzt vielleicht dann von absehen. Aber natürlich sind diese ganzen Sachen nicht zwingend vorhanden. Das heißt, kann man natürlich auf irgendeiner Basis kritisieren, wenn man das möchte. Aber dann brauchen wir, glaube ich, bei Spielzeug gar nicht mehr irgendwie irgendwelche Reviews machen oder darüber reden. Wir können natürlich das Dach abnehmen und unseren Kollegen hier dann einfach mal reinsetzen. Und ich finde, generell ist das wirklich ein mächtiger Truck. Gerade für dieses, also für das bisschen Geld in Anführungszeichen, was man dafür ausgeben muss. Ich finde, der hat was. Das hier sind übrigens Prints. Also auf der Seite hier einmal. Und auf der Seite auch. Also es sind keine Aufkleber hier enthalten. Aber das Einzige, was hätten Aufkleber sein können, sind die Prints. Es sind aber keine. Es sind Prints. Und das ist halt eine coole Sache. Ich persönlich mag diese Reifen total gerne. Ich weiß nicht, ob die bei irgendwelchen Technik-Sets oder so vorgekommen sind. Sind sie wahrscheinlich schon irgendwann mal. Wäre irgendwie eine Schande, wenn nicht. Aber ich mag das. Also ich mag generell auch, wenn man quasi diese Felgen hat. Wenn man da die Reifen drauf packt. Das ist irgendwie ein cooles Gefühl. Ich weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass ich mal vor Jahrzehnten Kfz-Mechatroniker gelernt habe. Aber was ist irgendwie ein befriedigendes Gefühl. Ich kann es nicht so ganz beschreiben. Also vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr da irgendwie Reifen auf die Felgen steckt. Ich finde das einfach klasse irgendwie. Und ich mag halt diese Reifen von der Sache her. Die sind relativ groß. Ich würde sagen für City sogar schon fast überdimensioniert. Aber es ist halt auch ein Monster Truck. Es ist hier nichts großartig, glaube ich, Komplexes dran, was man jetzt vielleicht erwähnen müsste. Es sind jetzt nicht irgendwelche Hi-Fi-Special-Bauteile da irgendwie drin, wo man sagen muss, oh ja, deswegen muss man das Set jetzt 20 Mal kaufen, weil man dieses ganze Teil irgendwie hier 20 Mal haben möchte. Es ist wirklich ein schöner Monster Truck, wie ich finde. Das hier ist natürlich super gelöst. Das kann man hier einfach abnehmen. Also das ist zusammengesteckt hier. Und das sieht aber genauso aus, würde ich sagen, wie das bei Monster Truck so aussieht. Mit diesen Stangen, die dann da quasi hinten dran sind. Ich finde generell die Optik halt wirklich sehr schön. Dieses Dunkelblau mit diesem, ich weiß nicht, ob es ist Azur oder es ist einfach hellblau. Ich glaube, es ist einfach hellblau. Das spielt super zusammen mit dem Schwarz. Es sind so ein paar Leimgrüne Steine mit drin. Aber die sieht man, glaube ich, jetzt im Nachhinein nirgendwo. Also doch hier unten. Ich habe nichts gesagt, aber sowas muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, es wäre schöner, wenn es vielleicht schwarz wäre, wenn es irgendwelche Farben wären, die man vielleicht noch gebrauchen könnte. Aber mich persönlich stört das überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin aber auch jetzt nicht jemand, der Sets die ganze Zeit kauft, die irgendwie auseinander nimmt und sagt, okay, aus diesen Sets baue ich jetzt irgendwelche neuen Sachen. Deswegen, also mich stört es nicht, weil ich damit nicht in Berührung komme. Also jeder, der das nicht so macht, der sich die Sets kauft und die dann umbaut und irgendwelche anderen Sachen und der dann sagt, okay, es wäre schön, wenn das andere Farben wären, kann ich absolut nachvollziehen. Ist auch okay. Ich glaube, das ist gar nicht richtig drauf. Kann ich absolut nachvollziehen, wie gesagt. Aber es ist, wie gesagt, ein kleines 15-Euro-Set. Es ist tatsächlich, glaube ich, für die meisten einfach so ein Mitnehm-Ding. Früher waren das so die 3-4-Euro-Sets, die es bei Lego ja kaum noch gibt. Es gibt noch Polybags oder Minifiguren, aber das ist so die Ablösung, was ich auch ein bisschen schade finde. Weil auch für kleine Kinder, ich meine, das Set, was steht auf der Box? Ich glaube, 5-Plus-Set ist es. Ein Fünfjähriger hat vielleicht auch jetzt nicht so viel Taschengeld. Ich weiß nicht, was aktuell Taschengeld-mäßig so unterwegs ist. Aber man kann es halt auch einfach mal so schenken. Also ich habe es auch geschenkt bekommen von meiner Freundin. Deswegen, das ist vollkommen in Ordnung. Man kann das einfach mal so als Geschenk irgendwie für die Enkelkinder oder so mitbringen. Oder für irgendwelche Kinder in der Nachbarschaft. Das geht auf jeden Fall. Und ich finde halt, bei City ist manchmal so das Problem, es wird halt alles meiner Meinung nach immer schwächer. Gerade, wenn die Sets größer werden. Und natürlich reden die meisten YouTuber dann eher so über diese ganzen großen Sets, die wirklich schlecht sind. Und ich finde, man muss halt auch diese kleinen Sets irgendwie, zumindest wenn man denkt, dass es gute Sets sind, die muss man irgendwie auch mal ein bisschen erwähnen, mal ein bisschen Bühne geben und vielleicht das mal wirklich zeigen, wie cool das eigentlich ist. Und das ist mit diesem Set auf jeden Fall gelungen. Ich habe da Freude dran. Ich finde das super. Ich kann, wie gesagt, noch nicht genau sagen, woran es liegt. Vielleicht ist diese Kombination mit der Farbe, mit der Optik, auch mit den Reifen und den Fällen, vielleicht ist das genau meins. Aber so richtig verifizieren, woher es kommt, kann ich auch nicht sagen. Also generell finde ich, es ist ein super Set. Wir können noch mal kurz in die Anleitung gucken. Ich stelle die Box hier noch mal schön hin. Dann müssen wir noch mal so ein schönes Abschlussbild dann gleich haben. Aber wie gesagt, es ist nichts irgendwie Schwieriges zu bauen. Hier sieht man dann so diese lime-grünen Steine, die hier irgendwie mit drin sind. Aber ich weiß nicht, lass es zehn Minuten maximal gewesen sein, die ich das halt irgendwie gebaut habe und nebenbei noch irgendwas geguckt habe. Also das geht wirklich schnell. Was noch ganz nett ist, für die City-Fans oder für die Kinder im Allgemeinen, die sagen, hier, ich möchte jetzt richtig bei City durchstarten und mir alles kaufen, was es da gibt, ist hier auch noch Werbung drin. Ich finde, dass die Idee von diesem Transporter zum Beispiel hier mit dem Wagen, den man aufladen kann, ist nicht schlecht. Mir gefällt die Farbkombination hier irgendwie nicht so ganz. Also das passt für mich irgendwie mit dem Rosa. Wenn es nur schwarz und türkis wäre, wäre es, glaube ich, noch eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall auch ein nettes Set. Was natürlich cool ist, sind diese kleinen Cards hier. Die kann man, glaube ich, auch so ein bisschen vergleichen mit den Sachen, die man aus den 80ern oder 90ern kennt. Das ist, glaube ich, auch ein 10-Euro-Set, genau wie der. Dann 20 Euro der Burger Truck, ist bestimmt auch cool und auch für 10 Euro. Und diese ganze Polizeigeschichte mit der Gefängnisinsel, mit der Feuerwehrstation und diese ganze Zeit. Ich denke mal, da wird es auch Reviews auf den meisten Kanälen schon geben. Ich bin da jetzt nicht so ganz drin, obwohl ich die Polizeigefängnisinsel gar nicht so schlecht finde. Verglichen mit der, die es damals gab, finde ich es dann wieder nicht so gut. Aber das ist bei den meisten Sachen so. Also da können wir durch den ganzen Katalog gehen und dann gehen wir ein paar Jahre zurück, gucken, was es dann damals Ähnliches gab. Und das ist dann meistens für mich jedenfalls besser. Aber City wird hoffentlich wieder ein bisschen bergauf gehen. Wir sollen ja dieses Jahr eine Dschungelserie bekommen, in der Johnny Thunder drin ist. Das heißt, die ist, glaube ich, für die meisten unter uns gesetzt auf jeden Fall. Und da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf. Und immer wieder gibt es wirklich schöne Sets, die Highlights sind, die vielleicht nicht 100-Euro-Sets sind oder 150- oder 200-Euro-Sets, sondern die einfach zwischendurch mal ein 10-Euro- und 15-Euro-Sets sind. Und da freue ich mich persönlich drüber. Und damit beende ich dieses Review. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Set haltet, ob ihr vorher habt, euch das zu holen, ob ihr es euch vielleicht schon geholt habt. Und generell, was so eure Meinung zu City ist, das würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Habt noch einen schönen Tag und bis bald. Und dann geht's mit dem Set haltet. 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 Vielen Dank.